so und als zweites video haben wir jetzt hier die leslie joystick und die glitzer regen von nico im vergleich rechts den joystick links links den glitzer regen von nico schau mal ob sich da ein unterschied darstellt wahrscheinlich bisschen mehr effekt von leslie joystick der war schön so brennt noch nach so jetzt schauen wir mal hier ist ja keine lunde drin das ist ja ein ding dann machen wir jetzt noch hier zwei leslie glitzer regen das macht sich sprach und praktisch normalen feuerzeug der direkte vergleich hat nicht wirklich funktioniert mit denen joystick und glitzerigen naja ich habe ja noch eine packung joysticks da aber glitzerigen habe ich nicht mehr da